Willst du die Snickers-Poly-Stotter-Pack, bitte? Los, du bist so süß geguckt. Hast du Hunger drauf? Ja, voll. Der fast 300 Jahre lang gepflegt wurde und ultimativ schön ist. Leute, schaut mal! Oh, normalerweise in Tasmanien. Wie cool. Wie true. Was? Du Baby-Chu. Kommt mit in einen tropischen botanischen Garten, der fast 300 Jahre lang gepflegt wurde und ultimativ schön ist. Eine wunderschöne, giftige, nein nochmal. Die wunderschönste, giftigste tropische, ne warte. Eine wunderschöne, giftige Tropenpflanze. Wir gehen heute in den Terra Nostra Park, einem der beliebtesten Orte auf São Miquel. Ja, das ist richtig schön dort. Ja, und ich werde euch eine meiner schönsten Stellen zeigen. Das ist alles voll mit Bambus und ja, wir haben auch noch die, ich habe es gerade vergessen, und die Grotten werden wir euch zeigen. Das ist auch richtig cool. Ja. Und am Ende gehen wir noch in den Terminalbecken, wo, glaube ich, auch Schwefel drin ist. Und sehr, 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 sehr braun ist. Ja, es gibt ein großes braunes und es gibt noch zwei kleine Whirlpools, in denen gehen wir auch noch schön. Ja. Lasst euch überraschen. Heute nehme ich euch misst auf einem wunderschönen Wasserweg. Kommt mit! Okay, dann ist es meine Drogen. Oh, du hast so süß geguckt. Hast du Hunger drauf? Ja, voll. Ja, so ist es auch bei mir auf der Reise. Wenn ich wenig Essen habe, dann habe ich richtig schlechte Laune, aber ja, jetzt habe ich wieder Essen und es tut auch wieder gut, was zu essen. Ja, da, wo wir gerade sind, da war, das ist voll cool, das ist so eine kleine Insel, wo man auf dem Wasser sitzen kann und das angucken kann, die ganze schönen Seerosen, Frösche sind hier auch. Leute, das ist einfach so schön. Ich bringe euch mal zu einer wunderschönen Grotte. Das ist wirklich sehr schön hier. Schaut euch das mal an. Mitten im Dschungel oder am Dschungel, wie auch immer. Das ist wirklich eine andere Grotte. Wow. Ho, 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 ho. Guck mal ein bisschen. Wow. Guck. Wow. Heiliger Wind. Hi, Mercedes. Hi. Boah, hier können wir auch schlafen für heute Nacht. Boah. Voll schön. Ich komme nicht mehr klar. Heilige Scheiße. Das, Leute, ist der dickste und größte Bambusbaum, den ich jemals gesehen habe. Aber es ist einfach, einfach Bambus. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Ja, ich zeige euch jetzt mal die kleinen Bambus. Einmal ein schwarzer Bambus haben wir hier. Das ist hier der Klassiker. Ne, den kennen wir alle, glaube ich. Eine schöne grüne. Cool. Hier ist ein bisschen so orange. Ne? Schon interessant. Schon cool. So ein oranger Bambus hier. Boah, dieser Durchmesser ist so crazy. Boah. Ich liebe Bambusbäume wirklich, Leute. Ich liebe das. Überall gibt es unterschiedliche Bambussorten, Leute. Voll schön. Cool. Ja, Leute, hier sind auch noch mal eine andere Bambusart. Schaut euch das mal an. Richtig schön. Und eigentlich könnte man mit diesen Bambushoren so Getränkbehälter rausmachen. Und ich habe von meiner Freundin mal gehört, man kann da drin auch Kaffee kochen. Ist eigentlich eine coole Sache mit Bambus. Boah. Huhu. Ist doch schön hier. Leute, schaut mal. Das ist einfach ein wunderschöner Fluss und gleichzeitig ein See. Und es ist schön warm. Das ist halt richtig... Das ist auch wirklich Action, Michael Jackson. Ein witzenden Outfit. Ein braunen Fluss. Ist doch schön hier. Hammer. Richtig schön hier, Leute. Oh. Wow. Das ist ja mega warm. Alter. Wir sind halt mitten im Vulkan-Gebiet und fast jedes Wasser ist hier wirklich warm und kocht. Einfach nur schön hier, Leute. Einfach nur schön hier in Portugal. Insane. Insane. Das riecht man doch nichts. Vielleicht beim Anzüllen. Aber ganz schwach riecht man das. Das ist ganz schwach. Aber... Das sieht man auch an den Blättern. Boah, ist der groß. Wenn wir vorhin die Blätter haben. Leute, kennt ihr den Massagebaum? Ich zeig euch den. Eine Wurzellandschaft. Die Zure. Musik. 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 das war es leute mit diesem video ich hoffe dass du euch spaß gemacht habt ich genieße das mal noch mal schön den dschungel hier und die snickers poli stutter pack was BABY TRUE RIP Was? BABY TRUE RIP BABY TRUE BABY TRUE RIP BABY TRUE RIP Dann nehme ich einen Chicken Bacon BABY TRUE Das ist gar nicht warm Mach mal zu wieder Das ist doch nicht geil hier Was ist das? Na klar Mann Wie hab ich den Puffi reingeschmissen Oh mein Gott das ist hier aufgepasst Oh Leute der Vergleich Das? Ne das ist schon nicht das Ne ich hab das geholt Wo ist der BABY? Ja Leute Guck mal keine Soße nix Kaltes Fleisch BABY TRUE BABY TRUE Willst du es wenigstens probieren? Klar Ja So Leute Schmeckt Ist kalt Hi Hallo Wir sind hinter den Kulissen gerade Ja Wir sind gerade auf der nächsten Reise Ja Schon geklappt Wir sind in Spanien Richtig schön hier Da kommt aber auch noch ein Video raus Aber Für dieses Video Leute Oder von dieser ganzen Serie Von den Azoren Ist jetzt auch das letzte Video gewesen Wir haben wirklich voll viel aufgenommen Das waren richtig schöne Momente Fand ich Und das war richtig schön Ich hoffe dass wir euch das irgendwie auch schön machen konnten Mit den Videos Habt ihr auch schön waren Habt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben Wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben Ja Lasst uns wissen was wir besser machen können Genau Ja Ja Ich würde sagen Leute Wenn das euch gefallen hat Ne Ihr wisst ja was ihr jetzt zu tun habt Ja Leute Haut rein Leute 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 lasst doch mal was da Wenn ihr wüsstet wie viele Leute ich aus diesen Scheiß Videos rausgeschnitten habe Ja stimmt Von Einem Fernsehen Ich sag wirklich oft Leute am Anfang des Videos Am Anfang und am Ende Ey Leute guck mal Ey Leute guck mal was das So Leute Leute wir essen jetzt Leute Ich wollte gerade wieder sagen Ey Leute haut rein So Leute Tschüss Ciao Tschüss Das ist voll cool das Ding Auch wieder hinter den Kulissen Boah das ist richtig nah Ja Falls ihr euch fragt warum ihr euch das hier eben angeguckt habt Äh Wir haben richtig viele Katzen gefilmt Aber Haben wir? Hier die Babykatzen Achso Wo das jetzt gerade drüber Achso ja ja wenn es noch läuft Wo es drüber laufen wird Eventuell Ja am Abspann Abspann wahrscheinlich Oder vielleicht sieht das auch keiner Man sieht mit uns immer noch so hinten Wir haben es ja genau Wir haben es aufgenommen weil es ein bisschen langweilig war Ey was Nein Also süß aber es interessiert halt keinen Ja Außer uns Leider Ja Oder meint ihr Meint ihr Leute doch nicht Ist doch cool Leute Leute Ich glaube wir müssen jetzt beenden das Video oder? Okay 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 Hey Hey